Hi und Willkommen zu einem neuen Video, Maikra Flauus und heute gibt es Maikra Flauus. Heute haben wir Lust, unsere Hausschuhe zu schmücken, ne? Weil es ist ja bald Weihnachten, es dauert noch ein bisschen, aber wir machen das jetzt nochmal. Es ist sehr anstrengend, ne? Sowas dauert sehr lange, deswegen machen wir es einfach jetzt, ne? Das sollte dann schneller gehen, ne? Also machen wir es genau wie Minecraft Christmas, ne? Minecraft Christmas haben wir schön gemacht, ne? Gleich verkauft vielleicht auch Minecraft Christmas, weil Minecraft Christmas ist ein von meinen Lieblingsprojekten, ne? Achso, ich dachte, das ist ein Lieblingsprojekt von mir, ne? Weil es richtig Spaß macht, einfach da Weihnachtssachen zu bauen und alles, ne? Das macht richtig Spaß. Also, ihr wisst, Minecraft Christmas ist ein von meinen Lieblingsprojekten. Und hier haben wir einfach ein Holz vergessen. Und wir nehmen die Blätter und das Reis erstmal. Und hier nehmen wir vielleicht die noch, ja. Und das war's. Und dann, wir wollen ja unser Haus schmücken. Und da brauchen wir richtig viele Sachen, um unser Haus zu schmücken. Denn wir brauchen erstmal Blätter, was ja richtig klar ist, ne? Und dann brauchen wir Listerketten, dass der Weihnachtsmann uns sieht. Und dass wir Geschenke bekommen und alles, ne? Aber nicht rein, sondern... So. Wir machen hier ein bisschen anders in diesem Projekt, weil ich hab ja ein runder Haus. Nicht so ein Dreieckhaus, ne? Das ist rund. Eine Quadrat ist aber Quadrat rund, ne? Falls ihr es jetzt nicht, was ich meinte, eine ist jeder. Und hier machen wir noch einen Baum, wegen da will ich einen Baum haben. In letzter Folge ist da eine Bombe passiert. Unbedingt nochmal anzauern, ne? Und wir essen dann unseren Schnitzel, hier. Ja, so sieht's aus zuerst. Dann müssen wir noch Listerketten machen. Und dann, was auch kann... Das kann nicht wahr sein. Okay. Ich hasse das, wenn diese Baby-Zombies da klingen. Jedes Mal, wenn ich in mein Haus gehe. Jedes Mal. Klingen diese Zombies da unten. Zombies, ich komm gleich und bring euch um! Oh nein, 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 schlimm, schlimm. Schlimmer Baby-Dess. Schlimm von dir. Ich hasse das, wenn die da rumstreihen, da... Ich hasse das, wenn die da rumstreihen, da... Und wir wollten eine kleine Gartenarbeit bauen, ne? Die Gartenarbeit, dann wollten wir bauen. So und so. Ich merke gerade, wir haben Weiß und alles, ne? Leute, es wird, glaube ich, mit dem Beet ein bisschen eng sein. Ich bin in dem Holz drinnen. Oh yeah. Und noch das hier. Okay. Einen fehlt uns. Genau einer fehlt uns. Dann bauen wir einfach den ab mit dieser Axt. Also haben wir perfekt gecraftet, würde ich mal sagen. Hier kommen die Fenster weg. Einfach Fenster kaputt boxen. Nein, mit der Axt. Und die Blumenvase kommt dann... hier hin. Ist richtig schön. Und dann gehen wir mal hier. Und da machen wir genau die gleichen Türen, wie unsere Eingangstür. Und dann haben wir es geschafft. Dann sollten wir einmal doch zu Bill gehen. Und zu Bill... gucken, was sie noch neu handelt. Weil seine Handelssachen sind echt cool. Mal gucken, was sie neu vom Brot sich handelt. Ich finde diese Brotshandel echt cool. Deswegen frage ich sie mal nochmal danach. Hier. Erde kaputt machen wir mit der Hand. Jetzt einfach zu schnell. Gießhaft. Vergiss immer meine ganzen Kisten. Und wir müssen uns eine Hau machen. Ich mag keine Hau. Hier. Sechs Stück immer. Sollte eigentlich reißen. Mit Minecraft laus. Und ihr wisst gestimmt nicht, warum ich laus mache. Weil ich habe einen Kommentar bekommen. Da steht, ich soll laus machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es macht mal laus. Weil ehrlich gesagt, dieser Kommentar hat richtig recht. Ich mache fast nie wieder mehr laus, habe ich bemerkt. Ich weiß nicht selber warum. Und Kohle packen wir bei unserem Ofen. Fleisch haben wir. 41 Kohle und 12 Kohle. Aber Holzkohle. Ne? Und das andere alles nehmen wir mit. Einfach zu Bill. Okay, dann gehen wir hin. Den ganzen Boden her lang. Aber wir springen mal. Wegen, dass es geht schneller. Und jetzt können wir nicht mehr laufen. Also essen wir einfach den Hühnchen. Wie viele Folgen der alt ist, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, ich denke mal, dass er 500 Folgen alt ist. Was nicht mal wahr ist. Jetzt nimmt nur 5 Folgen oder so. Welche Folge es gerade ist, weiß ich, keine Ahnung. Okay. Hello. Und wir gehen auch mal raus. Wir haben unsere Smaragde vergessen. Wow. Ehrlich gesagt, es war richtig langweilig. Okay. Dieses war 11 Kürbisse und 1 Smaragde für Kürbiskuchen. Sollten wir machen. Ich denke mal, ja. Wisst ihr? Weil ich mag es nicht, wenn man ungerade Zahl hat. Es ist eigentlich gerade 22. Aber ich will so 20 haben. Versteht ihr? und da gebe ich einfach 2 auf. Oh, ein. Wir haben jetzt, ja, gute Qualität. Bill. Ich bin echt gut da. Warum ist hier kaputt? Toilettenplatz. Hat er eigentlich eine Toilette? Gruselig. Er hat mich gerade richtig ins Rücken. Ich weiß nicht, wie wir hier lebele. Hier, bitte. Aber, bitte. A-pa-di-keta-u-pa-no-ra-batam-biko-pa-kartum-pa-kartum-pa-kano-tana-pa-no-pa-ni-snitze. Okay. Dann packen wir das weg, ne? Und wir wollen noch Minen nicht. Nein, nein, nein. Wir wollen nicht Minen. Ich denke mal. Okay. Jetzt haben wir 4 Goldöpfe. Und wir nehmen unsere Diamanten, wegen es mir gerade voll egal ist. Ne? Unseren Eisen. Dann nehmen wir unsere Diamanten und wir gehen in eine Höhle. Ohne den Diamanten, ohne den Schmaragden. Nur damit. Ja. Dann werden wir vielleicht paar Folgen in einer Höhle sein. Uh-huh. Aber wir nehmen natürlich Schnitzel mit und bisschen Kohle. Weil in der Höhle braucht man immer Kohle, bisschen. Und damit machen wir uns Fackeln. Ne? Und jetzt gehen wir in diese Höhle, in der Reislasch, das töte jetzt, diesen Baby-Summi da, der die ganze Zeit rumheult. Und der heult rum. Töte mich. Ich bitte töte mich. Okay. Okay, wegen Eisen sind wir nicht hier. Herr, Creeper. Das kenne ich. Geplatzt habe ich extra gemacht. Ich habe keine Lust, gegen Creepers zu kämpfen. Okay. Noch tiefer, immer tiefer. Und nix. Also nicht tiefer. Mögt ihr das eine, wenn es Höhlen gehen? Schreibt in den Kommentaren. Unter mir steht ein Block. Wir gehen wieder hoch und kämpfen gegen ein Zombie. Und der Zombie hat nix besitzt. Cool. Ich finde es cool, wie die nix besitzen. Nein, Spaß. Ich hasse es. Okay, dann gehen wir hoch. Die Musik wird immer lauter. Welche Musik? Wie heißt deine Musik? Jetzt nochmal, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, nicht mehr. Ja, ähm, dann gehen wir ab, mit einem Geschilter ins Brunnen, schaffen wir auch. Mein Fuß, das tut so weh. Mein Bein, ach. wieder runtergefallen ist keine chance es hat mir richtig gestoßen hier richtig vom berg gefallen bin ich hier okay und mir ist aufgefallen ich hab mir ja gestoßen aber es gibt ein problem wir müssen bald mal wieder lebenszyklo machen wir haben richtig lange das nicht mehr gemacht sehr sehr lange also machen wir mal den lebenszyklo vielleicht von bär ein bär jeder weiß was ein bär ist oder oder weiß ich jemand nicht so kanal jeder weiß was ein bär ist das sind sogar vögel in dieser höhle ein halbes herz ne und ja bis zum nächsten mal ne haut rein schreibt in den kommentaren wer dieses video gerade anschaut schnitzel und ja bis zum nächsten mal haut rein und abonniere diesen kanal falls es noch nicht gemacht hat dann seid ihr auch die besten die nicht machen die sind auch die besten ja und ich komme hier hoch also bis zum nächsten mal haut rein Leute ciao Leute bis zum nächsten mal haut ciao bis zum nächsten mal haut bis zum nächsten mal haut